Ich glaube, das ist kein Geruch. Ich glaube, da ist es wirklich passiert, als er dem so fett ins Auto geschickt hat, dass er das nicht mehr sauber bekommen hat und er musste das Auto verkaufen. Jo, ach so. Jo, wahrscheinlich ist das passiert, oder? Boah, aber das kann man sich vorstellen. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Oh, wie ist das schön. Hier mal wieder mit dir zu sein, mein Lieber. Zum zweiten Mal heute schon. Wir machen das Intro zum zweiten Mal. Warte, wir müssen das Intro zum zweiten Mal machen. Dominik hat vergessen, den Soundcheck zu machen. Klassischer Dominik L. Hey, chill mal jetzt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wir waren zum Glück erst 20 Sekunden into dem Podcast, deswegen alles gut. Wir haben gerade darüber gesprochen, ich meine gerade zu Dominik, wie entstehen eigentlich so Fußballsongs? Ja, wegen diesem Obi ist das schön. Ja, genau. Da habe ich gesagt, Obi. Da habe ich gesagt, warte mal, das war ein Fußballsong. Und hast du gesagt, wie entstehen die? Dann habe ich gesagt, wie schaffen die das, wenn ein neuer Song kommt, dass die ganze Kurve das singen kann am nächsten Samstag? Genau, also so. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass jemand sich hingesetzt hat und gesagt hat, hey, ich schreibe jetzt diesen neuen Fußballhit. Weißt du? Das sind ja auch nie neue Songs, die nehmen ja immer bestehende Melodien. Ja, I guess. Also es gibt manchmal, es gibt so diesen einen Song von Nina Hagen für 1. FC Union. Ja, okay. So, weißt du, der wurde extra dafür geschrieben. Weißt du, da hat Nina Hagen sich hingesetzt und hat den geschrieben. Okay, fair. Oder wurde, ich weiß nicht, vielleicht beauftragt vom Verein. Ja, die musste eigentlich Cash dafür bekommen haben. Oder sie ist selber halt so ein Hardcore-Fan, dass sie gesagt hat, komm, ich mach das jetzt mal. Kann auch sein, kann auch sein. Ich meine, ich glaube, sie kommt ja aus, glaube ich, Köpenick. Und da ist ja das Stadion. Und ich glaube, es ist so eine krasse Ehre, dann auch einfach so einen Song zu machen. Weißt du? Check ich, check ich, check ich. Ich glaube, das ist dann mehr wert als irgendein Geld für jemanden. Okay, das ist eine Ausnahme. Aber so die, sagen wir mal, die meisten Stadionsongs, an die ich mich jetzt so erinnere, irgendwie, keine Ahnung, diese Klassiker, das sind ja immer irgendwelche einfach Melodien genommen worden, die es schon gibt. Und Leute machen einen neuen Text drauf. Und die Frage ist, wer entscheidet das? Welchen Text es gibt? Also gibt es halt von den Ultras dann einfach so den Chef, der sagt, oder gibt es eine Musikabteilung? Okay, vielleicht ist es so, dass einfach diese, es gibt doch immer diese Atzen mit der Trommel. Und so diese, also diese Ultras einfach, ne? Ich glaube, der mit der Trommel ist ja auch, ist ein Ultras, würde man auch sagen, oder? Ja, ja, der ist ja noch eine Special. Ich kenne mich leider nicht so aus. Ich hoffe, das ist alles korrekt gerade. Special Versions sogar. Ja, aber also halt, ich sag mal, die krassen Fans einfach. Ich weiß nicht, ob Ultra-Leute sind, die dann immer rumpöbeln, ob das damit gemeint ist, oder ist damit einfach jemand gemeint, der Ultra-Fan ist? Ja, die sind einfach, das sind die Hardcore-Fans. Ah, okay. Ich glaube, es gibt halt dann manche Leute, die es ein bisschen übertreiben. Ja, klar, nochmal, nochmal. Aber das ist nicht allgemein ein Ultras, das ist nicht automatisch jemanden, ist nicht automatisch ein Hoodie-Gang und so mäßig. Nö, würde ich nicht sagen. Ich bin wirklich nur im Thema drin. Wenn ich irgendeine Scheiße labere, dann tut es mir leid hier. Aber im Grunde, ich könnte mir vorstellen, diese Hardcore-Fans, dass die dann hingehen und einfach so eine, sagen wir, das ist dann so eine 20er-Gruppe und die haben dann irgendwie so diesen Insider, dass die irgendwie anstatt dieses Ring of Fire gibt es doch dieses andere, dieses, ja, keine Ahnung, also, dass die dann einfach anfangen zu brüllen, weißt du, sie sagen, sie brüllen dann irgendwas so, Union, 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 Union und dann checken die daneben so, ah, okay, die machen gerade Uni, Uni, Union. So, dann gehen wir jetzt auch für Union, Union und dann ist es wie so eine Pandemie, wie so ein Virus, der sich so ins Stadion zieht und von Mal zu Mal wird es dann immer gefestigt, weil dann wieder eine neue Gruppe, also, weißt du, so, sagen wir mal, die links und rechts von den Ultrafans, die merken dann so, ah, dieses Union, Union ist ganz witzig zu schreien, schreien wir beim nächsten Mal. Es gibt auch immer welche, die das so beginnen, checkst du, was ich meine, die so anfangen zu schreien. Okay, ich verstehe, was du meinst. Pass auf, so wie Mark Eggers hat immer dieses, ohli, 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 oh, und dann machen das alle. Ja, 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 dann machen es alle mit, aber an dem Punkt kennen die anderen schon den Text ja, aber du hast recht, theoretisch, vielleicht ist das einfach von Mal zu Mal, dass es immer krasser wird. Genau, ich glaube, so entsteht das. Gut, ich meine, wahrscheinlich manche Texte kannst du auch relativ spontan so adaptieren. Genau. Zum Beispiel wie in Stuttgart früher, als ich war, so zwei, dreimal im Stadion, immer bei VfB, wenn da zum Beispiel geschrien wird, so, Karlsruher Arschlöcher, da kommst du, denke ich, relativ schnell rein, dass du sagst, okay, es gibt zwei Worte in diesem Rhythmus, das machen wir mal mit. Aber es ist auch, also, was ich noch krasser finde, als dass eigentlich diese Songs nur stattfinden, so die, boah, diese, wie sagt man das? Choreografien? Ja, also das, so diese, ich komme gar nicht auf das richtige Wort, aber das so Sachen stattfinden, wie zum Beispiel, die eine Kurve schreit das Wort, die andere das. Und es ist immer dieselbe Reihenfolge. Okay, stimmt eigentlich, aber er fängt an. So was, oder so, so zum Beispiel bei diesem Nina Hagen Song, da gibt es so, es wird immer irgendwas gesungen, so, keine Ahnung, irgendwie, wer wird den Sieg holen? Also ich habe gerade keine Line und dann schreiten alle, Eisen Union, Eisen Union. Okay, und dann gibt es eine Line, da sagen die so, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisen Union, Eisen Union. Aber da ist es umgekehrt, da brüllen alle dieses, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Ja. Und dann Eisen Union, sind alle leise. Das denkt dann nur Nina Hagen. Tja, das ist ja richtig kompliziert. Ja. Ja, guck, aber das musst du dir ja wissen. Weißt du, und das, genau, also so, und ich verstehe nicht, wieso, wie solche, ähm, ich habe da gerade ein Wort für gehabt und ich komme gerade nicht drauf, wie solche Mechanics oder so. Ich weiß nicht, das ist ein frischen Wort. So ein Ablauf. Ja, keine Ahnung, man weiß, was du meinst, Bro. Ja, ja, wie sowas entsteht, das ist so interessant. Das ist ehrlich krass, ne? Ja. Das, als Deutscher kann man das, glaube ich, gar nicht, also für uns ist Fußball ja so wirklich der Sport, Bro, das Erlebnis. Weißt du, wie ich meine? So, damit wächst du auf. Ich denke, jeder war schon mal irgendwie im Stadion, selbst wenn er, wenn er gar kein Fußballfan ist. Also ich war in meinem Leben jetzt, glaube ich, viermal, dreimal Union und einmal war ich in Kopenhagen bei einem Derby, das war auch richtig geil. Okay, du bist aber, du bist erst gegangen, als du schon ein bisschen älter warst, ne? Ich war nie als Kind. Ich glaube, deswegen habe ich auch nicht so eine Verbindung zum Fußball. Mein Dad und meine Mom vor allen Dingen auch nicht, sind nicht so die Fußballjohnsons, weißt du? Wir sind so diese klassische, wir sind so diese klassische Handballfamilie. Es wird, nee, nee, es wird angegrillt und dann wird WM geguckt, Familie, weißt du, so. Ja, ist doch geil. Vater hat ein paar Würste auf den Grill und wir gucken währenddessen WM. Check ich, check ich, Bro. Das Fan-Level hat auch Unterscheidungen, so. Weil man kann ja sagen, ich finde Sport natürlich cool, aber jetzt halt so Stadion, Bro, kostet ja auch Geld. Ist ja auch teilweise, aber je nach Verein, richtig stressig an Karten zu kommen. Tatsächlich, also auch bei Union, und das ist ja tendenziell noch ein kleinerer Verein. Aber gut, die haben halt eine sehr starke Fan-Lase. Ja, ich glaube, das ist krass bei denen. Das Ding halt, aber da war es immer überschwer. Also so, da war das dann wirklich so mit irgendwie in irgendwelche Listen, glaube ich, eintragen. Oder wenn du halt, du brauchst da irgendwie so eine Dauerkarte. Dauerkarte, ja. Und jemand, der eine Dauerkarte hatte, der konnte dann irgendwie für jemanden anders noch ein Einzelticket organisieren. Bro, es war super kompliziert. Ja, richtige Filme immer. Es war über kompliziert. Aber ist Union so dieses Ost-Ding? Verkörpern die das? Ja, komplett, Bro. Dieses Stadion steht in Köpenick, Bro. Ich weiß halt nicht, ist das Köpenick? No, no, das ist so das krasseste Osten-Ding, wie sagt man das? Ost-Berlin? Viertel? Ost-Stadtbezirk? Stadt, 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 Bezirk? Bezirk. Bezirk? Ja. Mit so, was ist das, so Panko oder so? Heißt das so? Ja, unterhalb. Ich bin so scheiße da drin. Aber halt so, also, Köpenick ist da, wo ich gewohnt habe. In Alershof habe ich gewohnt. Das ist Teil von Köpenick, glaube ich. Ich habe das nie so gecheckt, dass das so ein krasser Osten ist. Ich finde, in Berlin merken wir es jetzt nicht mehr so doll. Boah. Okay, 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 oh mein Gott, da kommt der Hate jetzt. Zumindest so als Tourist, Bro. Wenn du so einfach da... Wir waren nie im Osten einfach. Du hast da gewohnt, hast du gesagt. Ach so, ja, in Alershof. Aber ich habe halt an der krassesten Hauptstraße gewohnt. Ja, ja. Da willst du mir sagen, du hast jetzt da keinen Unterschied gemerkt zwischen da, wo ich als erstes gewohnt habe. Bruder, da war so Marktplatz. Ja. Also, ich weiß nicht, Nico kann mal im Editing, gib mal ein Dörpfeldstraße. Oh, willst du das so? Edeka. Ich habe es schon mal gezeigt im Stream. Gib mal ein Dörpfeldstraße Edeka. Und dann machen wir da so einen Rundview. Und dann gehen wir mal danach, gehen wir zu Berliner Dom. Das war meine zweite Wohnung. Und gehen da mal einmal rum. Bro, das kannst du nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Willst du mir sagen, man merkt ja nur das zwischen Ost und West. Doch, natürlich, da merkt man nur das, Bro. Aber du kannst, also, ich glaube, du machst jetzt, glaube ich, mindestens genauso viel Feinde, wenn du jetzt West-Berlin mit so Berlin-Mitte da zusammen schnürst. Okay, fair. Weil das hat doch wirklich nichts damit zu tun. Ja, okay, fair, fair. Aber du merkst trotzdem, also, überleg dir mal so Kreuzberg, wo wir manchmal essen gehen. Okay. Da hast du so diese Altbau-Dinger, weißt du. Und in Ost-Berlin hast du mehr so diesen Plattenbau. Ja, okay, fair. So Marzahn-mäßig. Marzahn, ja. Oh, Marzahn ist übel. Weißt du, das ist so. Aber Marzahn gibt's nicht in echt. Ich sag' ehrlich, es ist. Das kann nicht sein. Ich war da ja einmal. Es ist ja die bekannte Story. Weißt du noch mit diesem Date? Mit der Rauch-Story? Ja. Ja, ja. Wo auf dem, wo auf dem, wo auf dem, soll ich die nochmal kurz raus haben? Ja, mach die Kurzversion. Okay, also, ich hatte, das war vor vier Jahren oder so, hab ich Kevin besucht. Da hast du noch in dieser, glaube ich, da hatte ich ein Date mit jemandem Marzahn. Ich dachte halt so, ja, Marzahn, okay, whatever, keine Ahnung, war für mich nur ein Wort. Äh, ich fahr da hin, auf einmal seh ich so, ich denk so, Digger, bin ich noch in Deutschland? Bin ich, oder wo bin ich? Das da, das sieht aus wie PUBG. Da. Das sieht wirklich aus wie so diese, das sieht aus wie diese, das sieht nicht echt aus. Keine Ahnung, richtig krank. Und dann, und dann, das, das Ziel ist dann in der Straße, wo, wo quasi auf alle vier, also auf allen, von der einen Seite fährst du rein, auf allen drei Seiten sind so, sind so zwölf, dreizehn Stockwerk, einfach nur so, wie man sich's denkt, so, wie sagt man dazu, Bro? Ja, Plattenbau. Platte, aber auf eine richtig schlimme Art, nicht so NRW-Platte. Ja, okay. So richtige, so Russland, Bro, da kannst du eine Russland-Doku drehen. Ja, ja, so eine DDR-Platte halt. Da gehst du da rein, ganz komisches Treppenhaus auch schon irgendwie, alles ist komisch, Bro, und dann hatte ich dieses Date, war, hatte einfach nicht so gut gefittet, sag man mal, insgesamt. Ja, das war doch nochmal, sie hat irgendwie ihre Katzen voll geraucht oder so. Das Ding ist halt, da war halt eine Katze so, und sie hat halt in der Wohnung geraucht, was ich schon mega Abtörner fand dann irgendwie, und dann die Katze auch mal so angeraucht und shit, so, das war, da war für mich schon ein bisschen over irgendwie, aber es gab halt Free Weißwein, deswegen bin ich halt ein bisschen noch geblieben und dachte, ich hol für mich raus, was geht. Und dann bin ich halt einmal aufs Bad, und dann geh ich ins Bad, wo du guckst du nach rechts, hängt da einfach so eine richtig krasser Büschel Haare. Hä, wie? Also einfach, da hängt einfach so, als hätte man jetzt jemand, also als hätte man eine Person, die lange Haare hat, mit so einem Pferdeschwanz oder so, als hätte man das einfach so abgeschnitten. Also Extensions einfach, oder was? Und hingehangen. Oder eine Perücke. Eik, es war, es war keine Perücke und ich glaube, ich weiß noch nicht, ob das Extensions waren, das sah richtig komisch aus, das war schon so ein bisschen so lang. Das Ding ist, oh, okay, was ich mir auch vorstellen könnte, also erstmal, was ich sagen wollte, ich finde, Extensions und Perücke kann richtig krass kommen manchmal. Also wenn ich ein Girl wäre, würde ich mir auf jeden Fall auch Extensions holen. Safe, würde ich mir auf jeden Fall auch, Perücke weiß ich nicht, aber ich finde es schon, ich finde es schon sehr cool, wenn man so die Überlegung, dass man so, blöd Teile Sachen, sowohl Extensions als Perücke, ist halt übel nervig, so in der Pflege und weißt du so, wenn du das halt verkackst, dann ist es halt scheiße. Ich glaube, da hast du Übelstress. Und es ist auch sehr teuer, wenn du halt nicht teure nimmst, dann sehen die halt nicht so geil aus und so und ich glaube, man sieht den Ansatz dann und so. Wenn du so dieses, was ich sagen wollte, ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht so ein Anclip-Zopf, sowas geht das. Ich glaube, also ich glaube im Nachhinein, es war jetzt nichts Schlimmes. Ich glaube, es war einfach was, was du vielleicht dir auch in den Zopf mit reinflächten kannst oder so oder einfach so mit reinstecken kannst irgendwo, dass es mehr Haare sind, so auf den vielleicht, keine Ahnung. Und es war jetzt auch nicht irgendwie eklig oder so, aber es war einfach, ihr müsst euch vorstellen, in dieser Gesamtsituation, ich bin in dieser fucking PUBG-Map, bin oben in der Wohnung, wo geraucht wird, wo eine Katze angeraucht wird, gehe dann in das Bad, dann hängt da erstmal so ein bisschen Haare, boah, ich dachte wirklich, die hat da einen Hops genommen oder so. Das war der, der gestern da war für State, so Bülent-Jaylan-mäßig, Haare, die hängen jetzt da und ich bin der Nächste gleich wieder so. Aber das dunkle Haare auch. Ja, das war schwarz, richtig schwarz. Ja, das war einfach fucking weird, deswegen Marzahn, das ist mein Eindruck von Marzahn, den ich da hab. Aber was ich sagen wollte noch, wenn du so als Girl so dieses volle Programm machen willst, Bro, dann bist du da easy dabei, Alter, mit so, no joke, mit 500 Euro könntest du easy dabei sein. Auf 500 Euro im Monat zu kommen als Frau für so. Mit was meinst du? Guck mal, stell dir vor, einmal im Monat Friseur, Haare färben, boom. Ja. 200 Euro, gone, easy. Oh, mehr. Mehr. Mehr wahrscheinlich, ja. Bro, Nova hat sich doch mal so Extensions gemacht. 1000 Euro. 1000 Euro? Extensions, Bro. Bro, das ist einmal und dann musst du alle zwei Wochen kommen oder so. Nee, das ist nicht, aber so. Nein, safe. Sagen wir, du musst alle zwei Monate kommen bei Extensions. Nein, safe öfter. Das kostet sie nicht jedes Mal 1000 Euro. Nee, aber das danach kostet dann 500, meinte sie. Also, Bro, ich glaube, du könntest den Case machen, dass du als Frau, wenn du wirklich volles Programm machst, dass du im Monat locker auf 1,5 kommen kannst, vielleicht sogar zwei. Boah, ja, kann sein. Also auf jeden Fall. Ohne Perücken ist ja ein ganz anderer Schnack. Also Friseur, boom. Dann so Nägel kann auch. Das zählen wir auch dazu? Nägel kann auch 60 Euro easy sein. Ja, dann 3, 4K, Bro. Nein, okay, chill. Wenn du es drauf anlegst. Wenn du es drauf anlegst. Ja, Mann, Bruder, aber zu wem gehst du? Zu Friseur von Kelly Jenner oder was, Junge? Nein, okay, sag mal Friseur. Man, halt einfach jetzt das normale. Bro, das ist echt viel. Man geht nicht, man macht wirklich nicht jeden Monat Extensions. Ich sage, wir machen jetzt mal keine Extensions. Wir sagen einfach mal, eine normale Frisur wird gefärbt und ein bisschen halt geschnitten und frisiert. Ja, aber das macht ihr einmal im Monat. Ja. 200 Euro gone. Lass 500 machen. Nein, Bro, was? No Joke. Frauen gehen zu Krankenfriseuren, Bro. Die gehen nicht zu Derbohlen, Bro. Die haben nicht jeden Monat, das ist der Durchschnitt, Bro. Die gehen nicht zu Fatty. Weil Fatty kostet 45 Euro. Nein, aber guck mal so, sagen wir mal, eine Girl geht so alle, wenn die halt das Cash hat dafür, geht die so alle 2, 3 Monate. Und dann zahlt die halt 300, 400 Euro. Je nachdem. Ja, okay, aber wir wollen doch jetzt gerade eine Rechnung machen, wenn jemand Ham geht. Okay, ja. Sagen wir, jemand geht jeden Monat einmal, dann sagen wir 200 Euro, weil je öfter du gehst, desto günstiger wird es doch. Was ist das für eine Regel? Hat der Stempelkarte, oder was? Nein, aber dann muss man doch nicht so viel machen, Bro. Bro, aber der Friseur zockt dich doch ab, wo der kann. Ja, okay. Das ist, guck mal. Sagen wir 250. 250 ist mein letztes Angebot. Okay, 251. 251 für Friseur im Monat. Dann hast du auch so Nägel. Ja. Das ist 60, easy. 60 wäre easy. Sag mal 100. Sag mal 61. Okay, 61. Und dann, was gibt es noch? Dann gibt es noch, dann könntest du Solarium noch gehen. Machen manche? Ja, oder Spraytan. Oh, Spraytan ist noch, Spraytan ist fast noch das more expensive Ding davon, finde ich. Nee, ich glaube, Spraytan ist günstiger. Ja? Auf Dauer. Okay, I don't know. Auf jeden Fall, das könntest du noch machen. Dann kannst du noch Fake Lashes dir so richtig aufkleben. Aufkleben lassen. Oder so einsetzen oder wie die das machen. Ja, kleben. Dann kannst du noch so Microblading machen für so die Augenbrauen. Ja, oder liften. Oder liften, dass die so wie geschminkt schon sind. Ja, und dass die so breiter sind. Dann könntest du sogar, wenn du noch voll crazy gehst, könntest du dir sogar noch so permanent Make-up machen. So perm. Dass du so... Gibt's das? Ja, ja, das ist dann wie so ein Tattoo, aber nicht so lange. Und dann hast du so einen Lidstrich immer. Oh, lol. Ja, aber das finde ich irgendwie low. Ich weiß nicht, weil man will sich ja auch unterschiedlich schminken, oder? Ja, aber was man zum Beispiel machen kann, ist so Sommersprossen tätowieren. Oh ja, das Ding. Das könntest du machen. Oder halt so Färben ist das, glaube ich, so. Du könntest so, ich glaube, da würdest du, du wirst jetzt gleich sagen, na, Bro, das macht keiner, aber ich glaube, das machen viele schon. Du kannst dir so Hyaluron spritzen, um so ein bisschen gegen kleine Falten und so. Ja, auf jeden Fall, das machen viele. Was soll ich so sagen? Nee, wenn ich das jetzt ohne die Vorwaltung gesagt hätte, hättest du gesagt, na, Bro, das macht vielleicht so einen, tausend oder so. Okay, ja, ja, also das machen viele im Sinne von Leuten, die so voll Ham gehen. Ja, genau. Wenn man jetzt nur diese voll Ham-Leute ankommt. Voll Ham-Leute, so Kylie Jenner-Leute. Ja, ich meine, ich glaube, 90 Prozent der Girls, die das hier gerade hören, fühlen sich da jetzt nicht angesprochen. Ich glaube, das ist sowas. Weiß ich nicht, Bro. Das machen nicht so viele Girls. Aber, was ich gehört habe schon. Auch einfach, weil es zu expensive ist. Weil eine Freundin von Julius Ärztin und die meinte, man soll nicht Botox mehr machen, man soll Hyaluron machen. Das ist viel besser. Ja, aber beides ist doch Quatsch, oder? Das Hyaluron ist halt entspannter für den Körper irgendwie. Ja, ich weiß nicht, man, ich finde... Also, das war jetzt keine Werbung dafür, aber was ich sagen will, es macht auf jeden Fall keinen Botox, Bro. Das ist old school. Ähm, I don't know, man. Ich finde, das ist immer so, ich finde so, das nimmt so ein bisschen so Charakter immer weg, sowas. So, wir haben es gestern gesehen. Ich habe gestern Ex on the Beach angefangen, so ein Trash-TV-Format. Und, äh, so, Bro, da war halt ne... Da waren halt einfach drei Girls, die sahen alle gleich aus. Einfach, weil die so alle... Aber meinst du, das ist wegen Botox, Bro? Ja, Mann, Digga, die haben sich alle so diese Wangenknochen machen lassen, Nase... Das ist was anderes. Und so, Bro, I don't know, man. Das ist so, alle hatten so dieselben langen Haare und so. Das war so... I don't know, ich finde so Charakter raus. Ja, aber ist das nicht eher, weil die halt, weil die einen um demselben Schönheitsideal so nacheifern, irgendwie nachjagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist, also, das wird ja immer so sein, aber ich finde, dadurch, dass man quasi... Also, guck mal, man könnte ja sagen, wenn man jetzt diese ganzen Eingriffe wie sowas weglässt, dann kann man dem ja nacheifern, dass man, sag ich mal, seine Haare irgendwie macht oder so. Aber so zum Beispiel die Wangenknochen werden immer so bleiben, wie du sie hattest. Und dann bleibt immer ein Stück von dir, bleibt immer übrig. So, guck mal, wir jagen als Typen ja... Oder als... Wir beide, scheiße, Typen lassen sich ja auch Stuff spritzen. Ja, ja. Aber wir beide jetzt, wir jagen ja auch, blöd gesagt, dem Schönheitsideal nach, indem wir uns irgendwie die Seiten auf kurz machen, um... Weißt du, so... Ja, ja, natürlich, natürlich. Auch schon, wie man Klamotten pickt und so, ist ja alles das. Aber ich würde mir jetzt nicht die Wangenknochen machen, so. Bro. Why not? Wenn du eine Sache machen würdest, äh... Sagen wir, du müsstest eine Sache machen. Ja. Ja. Was würdest du machen? Also gibt es irgendwas an deinem Gesicht? Sagen wir, wir beschränken es mal auf Gesicht. Ja. Würdest du sagen, da ist irgendwas, wo du einen Eingriff machen würdest? Ja. Was mich ab... Also es gibt eine Sache, die fuckt mich ab. Es gibt zwei Sachen, die würde ich machen, aber eine Sache, die mich abfuckt. Okay. Die andere Sache ist so... Sidequest, ja. Ähm... Eine Sache, die mich echt abfuckt, ist, dass auch wenn ich richtig gut schlafe und genug schlafe und einfach, ich fit bin, ich immer diese, ich immer unter den Augen diese dunklen Stellen hab. Ähm... Und das ist halt bei manchen Leuten einfach genetisch, weil die Haut da so krass dünn ist. Ja, ja. Und, äh... Ja, Mascha das auch. Da ist es dann so ein bisschen dunkler. Genau, aber ich hab halt, ich hab halt online so gesehen, dass es da Sachen dafür gibt. Ja. Ich weiß halt nicht, ich hab ehrlich gesagt Angst am Auge eigentlich sowas irgendwie spritzen zu lassen oder so. Ja, bro, das ist nicht worth it. Aber du kannst es halt so unterfüttern mäßig, dann, dann fixest du das. Aber wenn jetzt einer zu mir kommt, weiß, und sagt, ey Bro, das ist risikoarm, das hab ich schon hunderttausend Mal gemacht, allen geht's gut, hier, das könntest du machen, nächsten Tag kannst du wieder nach Hause, dann würde ich schon überlegen, das zu machen. Ja, keine Ahnung, das Ding ist, ich glaube, sowas fällt einem einfach immer selber mehr auf, ne? So, ich hätte, ich hab grad dein Gesicht angeguckt und hab so überlegt, was würde ich ändern und mir ist nichts aufgefallen. Alright, alright. Ich würd bei dir auch nichts machen. Nein, aber for real, das ist einfach so, aber... Guck mal, am Ende ist... Ist auch Gewöhnungssache. Es gehört auch zu der... Also, das klingt übel pathetisch, aber es gehört ja auch zu mir. Ja, genau, das meine ich ja. Und das ist der Part, den man dann halt wegnimmt, wenn man sich so Sachen machen lässt. Ja. Das find ich so, natürlich, ne, das muss, wenn du wirklich insane damit unzufrieden bist, find ich alles cool und so, aber ich find's, ich sag mal, 80% der Zeit, es gibt auf jeden Fall Ausnahmen, aber 80% der Zeit, find ich, von außen gesehen, aber das hab ich ja nicht zu entscheiden, ähm, nehmt das immer so Charakter weg. Das ist voll schade. Ja, ey, das ist halt, wie du sagst, das ist krass schwierig zu sagen, weil manche Leute sagen halt wirklich, zum Beispiel sowas wie Thema Nase, glaub ich, gibt's viele, die unter sowas... Oder wenn du halt einfach ne große Nase hast oder so, dass dann halt Leute sagen, ne, ich muss das jetzt machen lassen, weil ich leide da inzwischen wirklich krass drunter, aber dieses drunter leiden ist ja vielleicht auch nur ein Ergebnis aus, du hast drei Jahre lang in deinem Kopf, der ist immer wieder gesagt, wie scheiße das ist, weißt du und so. Ja, dann siehst du halt in Social Media und so. Das ist halt voll schwierig zu sagen. Ich hab gerade drüber nachgedacht, wie würde die Welt aussehen, wenn man, wenn wir gar nichts machen würden. Also, man stylt sich nicht, keiner schminkt sich. Okay, was ist mit Klamotten? Ja, Klamotten ist schwierig. Sag mal, Klamotten, so, man hat so einen Sack Kartoffeln, so einen Kartoffelsack an oder so. Ja, okay. Oder vielleicht auch actually gar nicht. Oh, einfach alle nackt? Ja. Eigentlich, ja. Alle nackt, aber so vielleicht, wenn es kalt ist, so mit irgendwie Decke oder sowas. Ja, so, aber halt, also alles, was man macht, hat nur einen Nutzen und sozusagen ist es nicht irgendwie für, also so, klar, so Haare, wenn die zu lang sind, fucken die auch ab, aber die haben halt dann einfach so, die rasieren sich das einfach irgendwie random ab, so. Hauptsache ist es weg, also. Ja, weißt du, keiner schminkt sich, keiner zuft seine Augenbrauen, Bruder. Keiner macht seine Face-Routine am Abend, so. Einfach, jeder ist einfach da. Was würde da abgehen? Puh. Das ist eine krasse Überlegung. Gute Frage. Ich weiß nicht. Vielleicht würden die Menschen... Ich weiß nicht, oder? I guess, ich habe irgendwie aber das Gefühl, dass die Menschen dann was anderes finden würden, auf das die so... Ja, da würde es darum gehen halt, was man so, wie man so, also so wie es jetzt halt auch schon ist, aber so Sachen wie zum Beispiel, wie großen Schwanz hat man, wie große Boops hat man und so, so Sachen würden dann vielleicht noch mehr, noch mehr kompetitiv sein. Interesting, weil man jetzt nichts mehr faken kann, sind die Leute, die genetisch mehr Glück hatten und sag ich mal... Ja, oder halt schon mehr dem allgemeinen Bild entsprechen oder so. Glück hatten im Sinne von, die entsprechen dem, was als schön angesehen wird dann, die einfach dann schon so aussehen, vielleicht krasse Haare haben von Natur aus, vielleicht ein relativ schön angesehenes Gesicht und Körper haben, die sind ja noch viel krasser dann vielleicht. Ja, vielleicht ist es dann eigentlich sogar noch krasser als jetzt. Weil jetzt kann man so, wenn man so sagt, ey, oh, ich mag meinen Bauch irgendwie nicht, dann zieht man sich irgendwie einen nice Oversized Hoodie an. Eine Bauchweghose. Eine Bauchweghose. Ja, aber so halt, eigentlich wäre das vielleicht krasser. Ja, und kannst deine Haare so und so machen. Ja. Schreit's mal in die Kommentare, Leute. Würde uns interessieren, was ihr dazu sagt. Wir müssen auch mal die Kommentare abchecken. Ja, wir haben heute leider Tim nicht da, weil der hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Tim. Alles Gute. Wir haben dir noch nicht gratuliert, aber wir gratulieren dir hier im Podcast. Hast du die überhaupt noch nicht? Nee, noch nicht, manchmal. Deswegen ist Tim heute nicht hier. Aber Tim sucht uns mal fürs nächste Mal ein paar Kommis raus und dann gehen wir darauf ein, nächste Folge. Ich glaube, das sagen wir jede Folge, aber eigentlich nächste Folge machen wir es. Versprochen, versprochen. Oder übernächste. Oder übernächste. Ich glaube, nächste Folge ist auch schon ein kleines Special, oder nicht? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Schauen wir mal, Leute. Einschalt, ey. Ja, Bro, was geben wir dir die Woche ab? Also. Was gegen Leben dominiert es mal. Ja, ja, ja. Sehr gute Frage. Vielen Dank. Ja, toll. Wir kamen aus L.A. zurück. Erstmal haben wir noch einen Teil von L.A. noch gar nicht drüber gesprochen, weil quasi der zweite L.A. Podcast war ja mittendrin. Was mir da noch so, was ich gerne noch raushauen würde, war Disneyland. Da war ich. Du guckst mich gerade wirklich anders, als wäre ich gerade irgendwie voll am Sack, Bro. Nee, nee. Mach weiter. Disneyland, cool. Ich habe mir gerade wirklich in so tote Augen geschaut, Alter. Ich sage, sowas gibt jetzt für eine Banger-Story. Ich habe bei Disneyland fand ich krass, ihr wart ja da, erzähl erst mal, aber ihr wart ja da und ich habe so dieses Wieland, das Wieland seinen Schwerter gecraftet hat. Ja, das war cool. Das war mein Favorite-Part. Nee, ich wollte das einfach nochmal so mitnehmen. Für mich war das das erste Mal Disneyland, weißt du? Das war so eine Experience. Okay. Nee, ist fresh, erzähl weiter, ey, lass dich nicht abbringen. Und das war richtig krass. Das Schloss in L.A. ist, oder in Anaheim, wo das da ist, das Schloss ist richtig mickrig. Also das Schloss ist noch schon kleiner als das Büro hier. Ja, also wir haben das so bei Insta gesehen und Marsha und ich waren ja schon in Paris und wir sind in L.A. halt nicht mitgegangen, weil wir so dachten. Ja, weil der zu cool war, der. Ja, weil wir halt cool sind und so dachten, ja, lass mal die Versager gehen und so. Nee, weil wir halt dachten so, Bro, wie anders wird es halt sein, weißt du? Wie crazy anders wird es sein? Schon anders, schon anders. Es war auf jeden Fall anders, es wirkte mehr so auf Erwachsen-mäßig, also es war mehr dieses Star-Wars-Ding zum Beispiel. Toll, das Star-Wars hast du komplett verpasst. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht so crazy into Star-Wars. Ja, das ist schon krass, was verpasst du irgendwie. Aber das Schloss, also das war das Erste, was uns aufgefallen ist, das Schloss sah aus wie ein Haufen Scheiße, Bro. Ja, das war richtig, die Amis haben sich so gesagt, ey, fuck, wir brauchen noch dieses Schloss irgendwie, haben wir überhaupt keinen Bock, das jetzt zu bauen. Bestell wie bei Alibaba. Dann haben die wirklich einfach, das sah aus, als wäre das früher so das Ticket-Häuschen gewesen, das haben die so blau angemalt und dann zwei Türme noch so dran gemacht. Ja, das ist super low. Ja, fuck it. Nee, aber sonst war das richtig cool, Bro, diese Star-Wars-Welt war krank. Also du bist dann da reingelaufen und wenn du so in der Mitte standest, egal wo du hingeschaut hast, es hat dich nichts aus dieser Illusion rausgeholt. Und das war was, was ich noch nicht kannte von irgendwelchen anderen Freizeitparks, weil immer ist ja irgendwie, im Europapark hast du ja auch das, warst du schon mal, Europark? Äh, nee. Da ist das auch alles nach so Ländern eingeteilt. Da gibt es zum Beispiel dann den Spanien-Bereich. Ach du Scheiße, deswegen heißt es Europapark? Jo. Egal, das wusste ich nicht. Und weil es der coolste Europas ist. Ist das der mit dir in der Nähe gewesen? Ja. Okay. Aber zum Beispiel, du bist halt im spanischen Bereich und dann gibt es ja auch spanische Restaurants und Churros. Ah, okay, okay, das ist geil. Und halt die Rides sind auch irgendwie spanisch angemalt oder so. Macht gar keinen Sinn. So auf den, macht keinen Sinn oft. So richtig Stereotype, die wilde Maus mit so einem mexikanischen Hut an bei so Mexiko. Ja, wirklich, wirklich, aber so. Okay, macht keinen Sinn, Mexiko ist nicht in Europa, Digga, mach einfach weiter. Aber sie reden Spanisch. Ja, okay, Wanna dran, Wanna dran. Ja, aber trotzdem, egal, wenn du dich dann umschaust, also es ist ja nicht eine perfekte Illusion, weißt du, du sportest ja Sachen, die dann einfach da rausfallen. So, sei es, keine Ahnung, die Mülltonnen sind auf einmal halt die normalen Europapark-Mülltonnen. Die Mitarbeiter sehen normal aus. Das ist einfach so eine, nur für Personaltür und so ein Shit, Bro. Und in dem Star Wars Park sahen die Mülltonnen aus wie R2-D2 oder was? Jo. So, in diesem Star Wars Park, Bro, es gab, außer die Schuhe der Mitarbeiter, das haben wir irgendwann entdeckt, dass wir rundherum mal geguckt haben, was haben die so an. Da die Schuhe waren ein bisschen googly. Und Sketchers. Ja, da wäre so New Balance. So Kangaroo Superschuhe, Georgs, der schon veratmet. Was halt auch so Erzern haben, weil die so viel laufen müssen, so diesen Vibe hatten die auch. Aber sonst, keine einzige Sache hat dich rausgebracht, Bro. Die Mülltonnen, Star Wars. Die, 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 die sozusagen die Arbeiter, alle Star Wars angezogen. Auch die, die zum Putzen durch sind, alle, es waren alles. Der Putzwagen, Star Wars. Der, der Getränkeverkaufstand verkauft dir eine Cola, hast du schon auch in der Story gesehen, die ist wie so eine Star Wars, so rund mit Star Wars Schrift. Bro, das EC-Kartengerät, wo du zahlst die Cola, die Schrift Star Wars. Der Loading Screen auf dem EC-Kartengerät ist ein Star Wars Loading Screen und so. Boah, okay, cool. Also es ist alles, die Tür fürs Personal ist in dieser Star Wars Welt so mit reingebaut und da steht halt dann sowas drauf wie so, do not enter, aber alles in so einer Star Wars. Als wäre halt da mäßig in der Welt jetzt zum Beispiel so der Elektroraum oder so. Weißt du, das ist krank gemacht, Bro. Okay, das hört sich sehr gerne an. Was halt in Paris auch war, da gab es ja auch so eine, ich sag mal so eine Disney-Kinderwelt, sag ich mal, wo du halt dann irgendwie Mickey und Minnie und Donald den Goof-Lord hattest. Und dann hattest du so dieses andere Ding, wo du so ein bisschen erwachsener war, weißt du, wo dann halt auch Star Wars war, wo dann, was haben die noch, Bro, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Haben die immer dieses Zwei-Park-Prinzip. Also so war es in Paris auf jeden Fall. In NRW auch, ja. Achso, ja, und da waren immer so Leute, ich hab kurz vergessen, was ich sagen wollte, da waren immer so Leute auf dem Dach, die dann auch so gefeitet haben und so einen Scheiß. Yo! Hattet ihr das auch? Ich hab's nicht genau gesehen, ich glaube nicht, aber es sind halt so, es sind halt so auch Atzen rumgelaufen, so Sturmtruppenatzen sind rumgelaufen, glaube ich, oder so andere Atzen. Und haben halt auch so geroleplayt, dass die jetzt so Patrouille machen und so und haben auch so Leute angehalten und so Shit. Boah, das ist krass. So auf denen halt. Okay, krass. Bei uns war das so, da waren so, das war so, wie beschreibe ich das, ja, wie so ein Schaukampf oder so, das waren halt so Leute, die waren halt so angeseilt, ganz leicht, hat man aber kaum gesehen. Und dann haben die halt so gefightet und das war, ah, ich weiß, was das war, das war nicht bei Star Wars Bros, das war bei Avengers. Ah. Und dann haben die so, oder G.I. Joe oder sowas. Und dann haben die so, äh. Avengers oder G.I. Joe, Bro, what the fuck? Ist es nicht dasselbe? Ist es nicht so sehr ähnlich? Nee. Ist doch auch so superheldenmäßig, oder? Bro, G.I. Joe? Ist so Agenten. Bin ich jetzt lost, Tobi? Das ist gar nicht dasselbe, oder? Nein? Oh, sorry, dann never mind. Also halt so, da wurde gekämpft, okay? Ja, ja, okay. Wir lassen mal offen, um wen es ging. Vielleicht hat auch Winnie, Bro, vielleicht hat auch Winnie-Pooh gekämpft, wer weiß, Digga, irgendwer hat gekämpft auf jeden Fall. Winnie-Pooh, das ist wirklich ein Goof-Lord. Zudem kannst du sagen. Winnie-Pooh irgendwie auch nicht cool, oder? Bro, ich meine, der hat ein krasses Leben mit dem Honig und Shit. Aber dieser Esel zum Beispiel, der hat richtig reingeschissen, Bro. Seinen Schwanz ist mit einer Reißzwecke hinten reingemacht, in seinen Arsch. Der hat einen Schwanz, den man reinknämmen muss. Der Ohrensohn. Bro, der Esel hat immer nur bad vibes verbreitet. Da kann man immer so, alles scheiße, Bro, wird der Scheiße. Und Winnie-Pooh immer so, Bro, guck mal, ich hab ein bisschen Honig und Shit. Der Esel sagt so, boah, ich hab gar keinen Bock auf Honig. Oder was machst du in einer Story-Welt, wo es nur um Honig geht, wenn du keinen Honig magst? Du Wichser. Du Opfer, Alter, for real. Scheiß auf diese Esel. Der hat mich so abgefuckt. Ja, komm, scheiße. Aber da haben halt dann so Leute gekämpft und dann sind auch so Leute so runtergefallen und so. Das war ziemlich cool. Das hat ziemlich cool gemacht. Okay, okay, okay. Aber da würde ich nicht sagen, dass es so war mit diesem, man wurde nicht aus der Welt rausgeholt. Das war schon so Freizeitpark-mäßig, weißt du? Ja. Ich würde eher sagen, bei der Disney-Seite, da war es noch so ein bisschen mehr so dieses Disney-Ding, weil da liefen überall diese Figuren rum und so. Bei dieser Kinder-Seite-mäßig. Genau, das Ding war halt, bei uns war die Star-Wars-Welt in dieser Kinderseite, I guess, drin. Das war in diesem oberen Teil. Und das war halt auch erst seit so anderthalb Jahren oder so offen. Also war richtig frisch halt gemacht. Und das hast du halt gemerkt. Da haben die halt alles, was die zu dem Zeitpunkt einfach wussten, so zum Thema, wie gestalte ich eine geile Welt, haben die da eingebaut. Disney hat das ja auch noch gar nicht so lange, das Franchise. Die haben das ja jetzt erst aufgekauft irgendwann. Ja. Vor ein paar Jahren. Vor so zwei Jahren, drei Jahren. Nee, mehr schon. Den siebten Teil, der kam vor fünf Jahren oder so raus. Oh, krass. Aber vielleicht auch noch länger, Bro. Vielleicht auch vor acht Jahren. Aber so, ich sag mal. In Disney-Zeiten. In der letzten Dekade auf jeden Fall. Und ich finde, das ist schon ziemlich frisch. Weil wenn du überlegst, wie alt ist Star Wars, Bro? Wann kam der erste Teil raus? Vor tausend Jahren, Bro. 19, äußer 80, sag ich mal, einfach mal aus dem Bauch. Mal so reingeworfen. Ja, ja. Ich glaube, 80er oder so. Hast du Star Wars geguckt, Bro? Hier und da. Ich hab halt mal immer so einmal gesehen. Was für ein Fick ist hier und da für eine Antwort? Naja, hier und da halt, Bitch. Alter Maul. Ich hab halt, das war früher immer so ein Ding, was man irgendwie auch so, zum Beispiel, wenn man so Kindergeburtstag hatte, dann ist man so Star Wars ins Kino mal. Das weiß ich noch. Oh. Wir waren mal bei Star Wars im Kino auf einem Kindergeburtstag. Krass. Leider war das von so einem richtigen Hurensohn aus meiner Klasse. Das hat mir das voll vermiesst irgendwie. Nein, der Geburtstag war. Hat mir das übel vermiesst. Hattest du so mal so einen Geburtstag, wo du nicht hingehen wolltest, aber du wurdest eingeladen und deine Mom hat dich gezwungen oder deine Eltern? Bro, safe. Ja, ne? Das gab damals bei uns in der Straße, gab es ein Mädchen. Bei uns war es auch ein Mädchen, ja. Sorry, es hat alle Mädchen. Die sexistischen Bosse. Nein, es war einfach ein Alter, da hatte man, man hat so nach außen hin gemacht, auch so, boah, Mädchen sind uncool und so. In sich drin hatte man einfach nur Angst. Jo, plain frightened. Würde ich sagen. Bro, ich hatte Angst. Ich dachte so, ich war dann so als einzige Junge, glaube ich, auf diesen Mädchengeburtstag eingeladen. Playboy. Ja, aber wir waren halt so homisch von der Straße, vom Spielen und so, weißt du? Daher kannte man sich und da war das auch okay, dann die einzuladen. By the way, it's worse, da war das aber auch so, dass an meinem Geburtstag, wo nur Jungs da waren, war sie auch das einzige Mädchen. Ah, okay. Sie kam dann auch und so, ich weiß nicht, ob es für sie eine coole Experience war, tatsächlich, mit so sechs Jahren, sieben Jahren. Wurde so geforscht, geröbst, Bro, da hatte die wahrscheinlich nie über Bock drauf. Bro, so Jungs in diesem Alter, die spielen dann auch irgendwie dann mit Holzhammer auf den Kopf schlagen oder so, weißt du, so Games. Ja, und da hatte ich richtig, da hatte ich richtig so, ey, ich kann da nicht, ich will da nicht, Mann, mir geht's nicht gut, ich kann da nicht hin und so. Man hat gesagt, fuck it, bin ich da jetzt hin, bumm. Ja, wir hatten da diese Phase, das hab ich schon mal erzählt, da waren so ein Dreierklick im Kindergarten, Christian, dann noch ein Girl und halt ich. Also Christian ist mein Kindergartenbester Homie, mit dem ich auch immer noch cool bin so, beste Mann. Und halt diesem Girl. Kann ich dich mal kurz was fragen? Ja. Ich höre dich in letzter Zeit oft beste Mann sagen. Oh Gott, was? Ja, du sagst das voll oft. Okay. Du sagst voll oft, doch, doch, egal, wenn man über was redet oder auch, wenn man mal in den Stream von dir reinschaut, dann siehst du irgendwas und dann sagst du, Digga, so lustig, bester Mann. Sagst du richtig oft. Okay, das finde ich aufgefallen. Und vielleicht könntest du mal drauf achten. Ja, sorry, dann möchte ich mich erstmal entschuldigen, auch bei der Community. Da möchte ich auch mal fragen, weil ich finde, wenn man das so oft benutzt, weil es kann ja nicht mehrere bester Mann geben. Weißt du, wie ich meine? Wenn man das so oft benutzt, dann ist das an dem Punkt gerade, wenn du zu jemandem bester Mann sagst, ist das actually richtig was Abgeschwächtes, Bro. Oh, deep. Ja, wollte ich dich nur kurz drauf hinweisen, weil ich fand es irgendwie unkorrekt. Ey, danke, was du sagst, beste Mann, Alter. Dass du so immer sagst, das ist ein sehr lieber Kollege von mir. Weißt du? Okay. Das ist actually bad. Okay, ja, ist ein guter Homie auf jeden Fall immer noch. Okay. Bester Homie eigentlich. Und dann haben wir irgendwann in der dritten Klasse einfach irgendwann entschieden, dass dieses Milchchen einfach stinkt. Das haben wir einfach entschieden und dann haben wir halt immer diese Luft angehalten. Das habe ich ja schon mal erzählt. Dritte Klasse ist schon nicht mehr so jung, Bro. Nee, oder vielleicht auch zweite Klasse. Aber so in den ersten drei Jahren Schule haben wir dann entschieden, okay, die stinkt halt. Und dann haben wir, das ist so gemein einfach, aber dann sind wir einfach immer, haben wir die Luft angehalten, wenn wir in ihrem Haus vorbeigefahren sind. Digga. So böse. Und wir sind da, du musst dir vorstellen, wir sind da nicht nur einmal vorbeigefahren. Jedes Mal, wenn ich zu Christian nach Hause gefahren bin, sind wir in ihrem Haus vorbeigefahren und haben die Luft angehalten. Bro, warum? Gab es dann auch den Punkt, wo du so krass in diesem Gedankenspiel drin warst, dass du irgendwann mal auch, wenn du alleine in ihrem Haus vorbeigefahren bist, auch die Luft angehalten hast? Also wenn du alleine gefahren bist, hast du auch die Luft angehalten? Bro, wir haben immer stolz erzählt, wie wir das gemacht haben auf dem Hinweg. Oder auf dem Rückweg. Je nachdem, wenn er zu mir gefahren ist, muss der ja vorbei. Wenn ich zu ihm gefahren bin, muss der auch vorbei. Bro, die war mal in eurer Clique, Mann. Ja, aber später, so later in the process, irgendwie so zehnte Klasse oder so, haben wir alle wieder so für ein, zwei Monate gechillt. Aber es war lustig dann, aber so, kennst du so Leute, mit denen man einfach so lustig feiern geht oder sowas? Oder so lustig auf Party, aber so weitaus mehr ist es dann jetzt nicht? So war es dann halt. Kann ich eigentlich nicht machen mit allen rum. Ah, okay, Playboy, sorry. Wird immer sehr kompliziert bei mir dann. Scheiße, na gut. Ja, halt so eine Feierbekanntschaft. Ja, so war es dann auf dem Level. So, man versteht sich gut. Also ich glaube, wenn ich die Leute treffen würde, wäre lustig. Aber so, ich glaube, das ist jetzt auch beidseitig gewesen. Ich glaube, die hatte damals auch nicht so Bock drauf. Und dann, ja. Aber so, das hatten wir halt. Und bei der musste ich halt auch zum Geburtstag. Und dann hat meine Mom gesagt, dass ich wenigstens das Geburtstagsgeschenk vorbeibringen soll. Habe ich das Geburtstagsgeschenk vorbeigebracht und bin direkt wieder gefahren. Nein, Bro, das hast du nicht gemacht. Das ist asozial. Mega asozial. Waren da nur Mädchen auf dem Geburtstag? Boah, weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Wie lief das ab, Bro? Du klingelst. Ding dong. Sie geht's doch ran. Ah, hallo Kevin. Schön, dass du zu meinem Geburtstag gekommen bist. Ja, hier ist das Geschenk. Ich muss leider wieder los. Oder, oder, es kann auch sein. Boah, ich weiß nicht mehr. Es ist halt so lange her, Bro. Es ist irgendwie wirklich zweite Klasse oder so. Ja. Aber es kann auch sein, dass meine Mom nicht. Drei vier Jahre her. Ich glaube, meine Mom muss unbedingt mal zum Podcast kommen. Ich glaube, dass sie mich da reingebatet hat. Und es war so mäßig, geh mal nur das Geschenk hinbringen. Und dann war ich stuck. Genau wie du meintest. Weil dann kommst du nicht mehr raus. Ich glaube, so war's, Bro. Und dann war's auch echt nicht so scheiße. Weil keiner gibt nur das Ding ab. Ja, das war echt, glaube ich, dann auch nicht so scheiße. Aber dann habe ich, glaube ich, trotzdem so getan, als wäre es überscheiße gewesen vor Christian. Ja, natürlich. Oder ich musste da hin. Meine Mutter hat mich gezogen. War so scheiße. Oder wir mussten Robby Bubble trinken. Und dann hast du neue Fakten erfunden über die. Die hat noch kranker gestunken da an dem Tag. Und ich habe gemerkt, die stinkt nicht nur, sondern dann hast du noch neuen Shit erfunden. Ja, für die Lore, Bro. Nee, so crazy bin ich. Bruder, wir hatten so, hattet ihr so bei euch im Dorf, hattet ihr so, 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 so. Pädophil? Nee. Was? Hattet ihr auch so Gerüchte, aber mehr so, ich würde fast sagen, wie so Legenden, Mythen ist rechtes Wort. Ja. So Mythen, die so rumgingen. Ja, 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 ja. So Sachen, die so gesagt wurden. So zum Beispiel bei uns wurde gesagt, dass wir hatten einer auf der Klasse, äh, einer auf der Schule. Die hat, hat man immer gesagt, für einen Fünfer bläst die oder so, so richtig weird. So gemein einfach im Nachhinein. Aber ging das bei euch in der Schule rum oder im Dorf? Ja, das war eher so ein Schulding. Bro. Dann hatten wir bei uns im Dorf, hatten wir auch noch so einen Typen, der ist immer, den gibt's immer noch. Falls ihr in Berlin mal seid, am Alexanderplatz, da fährt der auch jetzt neuerdings vorbei. Ja. Der fährt von König-Wusterhausen zum Alexanderplatz mit dem Fahrrad, aber jetzt nicht mit irgendeinem Fahrrad, sondern der hat so ein Fahrrad mit so richtig dicken Reifen. Ja. Wenn du diesen viel zu großen Reifen fährst und vorne oder an der Seite ist wie so bei so einem Motorrad so ein BMW-Logo drin. Das macht gar keinen Sinn. Wann war er in einem Reifen, in der Felge? Nee, nee, nee. In der Seite? Nee, in dem Metall-Dings von dem Fahrrad, weißt du. Okay. Und der fährt einfach hin und wieder zurück. Ja, genau. Der chillt einfach so. Und den sieht man immer, wenn man im KW oder am Alexanderplatz ist, dann fährt er da vorbei. Bro, Alter. Das ist eine Legende. Jeder in König-Wusterhausen hat den Safe schon mal gesehen. Wir haben bei uns im Dorf auch immer noch einen, wirklich einen Typ, ob ich dir das erzählen würde. Da gibt es so viele krasse Geschichten über den, aber das wäre ein kranker Self-Expose. Das kann ich nicht so sagen. Ah, weil jeder wissen würde, wo du herkommst. Ja, ja. Aber es gibt auf jeden Fall einen Guy. Vielleicht irgendwann kann ich dir das nicht mal erzählen, Alter. Das ist wirklich das Insane. Aber es gab auch andere Guys. Ich habe ja lange Fußball gespielt im Verein und da gibt es noch mal einen Guy, der kam immer zu den Spielen und hat zugeschaut. Der war schon so ein bisschen älter und hat schon so eine Glatze gehabt, war ein bisschen älter, war schon so irgendwie ein bisschen langsamer unterwegs vom Ding. Der hat auf jeden Fall immer ganz, ganz gerne ein paar halbe weggezischt da beim Fußballspiel. Also, und da ging halt dann mal ganz krank eine Legende rum, dass der bei einem anderen Typ aus dem Verein, ich glaube auch bei einem Trainer, aber der auch selber gespielt hat, so auf den, also dass er bei einem mal so fett ins Auto geschissen hat, als er ihn nach Hause fahren wollte. Wie entstehen solche Gerüchte, Bro? Ich glaube, ich glaube, das ist kein Gerücht, ich glaube, da ist es wirklich passiert, als er hat ihm so fett ins Auto geschissen, dass er das nicht mehr sauber bekommen hat und er musste das Auto verkaufen. Jo, ach so. Jo, wahrscheinlich ist das passiert, oder? Bro, aber das kann man sich vorstellen. Bro, stell dir vor, der kackt dir da wirklich ordentlich einen rein. Mann, Junge, und wie bist du denn das? Das kriegst du doch nicht mehr sauber. Ja, aber wie kriegst du es dann verkauft? Macht ja auch keinen Sinn. Naja, der hat das halt, glaube ich, für 30 Euro an Schrottplatz verkauft oder so, Bro. Nein, Mann, Junge, das ist Cap. Cap. Oder halt an jemanden, der selber vielleicht Darmprobleme hat und selber oft in sein Auto scheißt, der sagt, mich stört es nicht. Mann, Digger, man kann nicht so heftig in ein Auto scheißen, dass man es nicht mehr rausbekommt. Was ist das denn? Aber es ist eine geile Story, oder? Ja, es ist eine geile Story. Und dann, also das, das ist ja so ein bisschen lustiger, weil man es den Typ vor Augen hat, wie der so halt, wie der immer so geredet hat und shit und wie er einfach immer besoffen war. Aber dann, dann ging halt immer noch mehr Legenden rum, dass das ein Elektriker ist und das dann so halt bei manchen Leuten so vom Verein für richtig wenig Geld so die, so zu Hause die Elektrik so angeschlossen hat. Und dass das alles richtig falsch wäre und so. Wie random. Doch, das war so geil, Digger. Deswegen hatte der irgendwann auch den Spitzname Elektro. Und dann kommt der Elektro wieder. Und dann Elektro, Elektro. Ah ja, es ist alles. Und dann hat er in den Papier gesoffen. Das ist alles, das stimmt alles. Oh krass, okay, krass. Ob er geschissen hat, weiß man halt bis heute nicht. Aber no joke, ich glaube ja. Weil die Quelle, die mir das erzählt hat, war sehr, sehr vertrauenswürdig. Ob er geschissen hat, lassen wir offen. Ja, aber dass er viel gesoffen hat, auf jeden Fall, das kann ich persönlich bezeugen. Und immer schön, rote Wurst vom Grill, sonntags, weißt du, vorm Spiel. Rote Wurst. Und halt ein paar Halbächer. Boah, ey, weil wir über Fußball reden und auch schon geredet haben. Da möchte ich nochmal ganz kurz, ich esse zwar kein Fleisch mehr, aber. Heute fange ich wieder an. Die Stadionwurst beim 1. FC Union, Bro, die ist legendär. Und die ist auch zu Recht legendär. Die ist echt lecker. Aber wie so, Union ist für mich so ein Verein, der auch anfangen würde, jetzt vegane Sausage zu grillen. Boah, also haben die wahrscheinlich, aber ich glaube, das ist auch nur so, weil die müssen so mäßig. Ach so? Das ist schon so ein. Ich dachte, die sind alle so ein bisschen so mehr Vogue auch da. Ah, nee, das ist schon. Das ist eher so ein Arbeiterverein. Das ist schon, das würde ich jetzt nicht so runterbrechen. Aber es ist so. So ein Verein, den Finch asozial feiert. Ja, also er ist ja Überfan. Ja. Ja, so das. So ein bisschen so. Weil Finch würde ich glaube auch keine vegetarische Wurst essen. Oh, weiß ich nicht. Ich habe gestern noch ein Video von ihm geschaut, wo er zur Fleischerei Kanopke oder so gegangen ist und da den Mittagstisch sich reingebügelt hat. Also ich glaube eher nicht dann. Nee, also das ist schon so ein, wie sagt man das, so ein, ja da geht halt so der 50-jährige Uli geht da hin. Ja, Uli, richtiger, dass der Uli ist. Der Uli geht da hin. Uli, bringst du mir eine Wurst mit. Ja, check ich, check ich. Aber ich check's auch, no joke, also wenn ich 50 Jahre alt wäre und Uli heißen würde. Digga, und ich kenne diese Stadion, diese Stadionwurst ist wirklich gut halt. Die ist echt lecker. Ja, ey, an alle Uli's enjoy's. Ich würde mir die mal wiederholen, wenn ich Fleisch essen würde. Esse ich nicht mehr, aber so, die war echt sehr, 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 sehr. Würdest du für die Union Stadionwurst Fleischesser werden für eine Minute? Nein, ich habe überlegt, es gibt ja bei uns in Chris Husterhausen, wenn wir schon bei Legenden sind, gibt's ja die Kanalwurst. Kanalwurst. Die beste, die beste Currywurst in Chris Husterhausen. Marketing Endlevel. Bro, du checkst nicht, was wir für eine Currywurst-Schlacht hatten da bei uns. Genau in diesem Viertel, wo die Kanalwurst ist, in so einem 300 Meter, wie sagt man das, Radius, da haben so viele Currywurstbuden aufgemacht, immer wieder neu, immer wieder neu. Und eine Currywurstbude hat überlebt und das ist die Kanalwurst. Und frag dich mal, warum, weil es die beste ist. Boah, das muss ja sein, wie bei Four Blocks bei euch da. So mäßige. Die Currywurst-Gang-Schlacht. Wirklich. Wo dann irgendwie, wenn der Laden schließt, stehen auf einmal zwei Typen vor deiner Bruder. Bro, die sind da auch mit so faulen Tricks um die Ecke gekommen. Die haben dann so, die Kanalwurst ist so ein bisschen an der Seite, da muss man so ein Stück reingehen. Okay. Vorne, da ist wie so eine Art, ich sag mal Marktplatz, wäre übertrieben, aber wie so ein kleiner Platz. Ja. Da hat dann einer aufgemacht, schon mal besseres Positioning. Ja. Und dann haben die so auf richtig frech gemacht, die haben im Winter aufgemacht, Digga, mit so Wintergarten-Selt vor und Heizstrahler drin. Bruder. So auf faule Tricks, weißt du so. Aber es konnte die Kanalwurst nicht verdrängen. Die Kanalwurst ist immer noch da, Bro. Und diese andere Currywurst-Dings ist weg. So. Fuck. Jetzt du. Guck mal, manchmal geht es vielleicht gar nicht darum, den krassesten Heizstrahler zu haben. Sondern die beste Wurst. Ja. Manchmal musst du einfach nur durchhören. Guck mal, auch die Kanalwurst, da wird auch der Chef, der Betreiber, die Betreiberin wird auch abends mal da gesessen haben und wird zu ihrer Familie gesagt haben, Leute, ich sag euch ehrlich, wie es ist, es läuft gerade nicht gut. Vorne hat Uli aufgemacht mit seinen Heizstrahlern. Nebenan hat Ding aufgemacht, hier Olle Petra, mit auch leckeren Wurst, muss ich ehrlich sagen. Aber weißt du was? Aber Leute, ich glaube, ich werde es einfach durchhalten. Ja, weißt du was? Die Soße wurde immer noch mit Liebe gemacht. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Du hättest gesagt, wir haben schon immer was mit Liebe gemacht und jetzt, er hat's recht. Boah. Jetzt mache ich doppelt Liebe rein. Boah. Und es hat funktioniert. Fuck. Kennen Sie Haut. Wir müssen zu dieser Kanalwurst, Bro. Ey, no, sorry. Warte, ich hatte das Gefühl, ich hatte die so viel zu geil in Erinnerung. Das ist aber so ein Lige Scheiße. So eine richtige, so eine richtige, ich wollte gerade eigentlich sagen, so eine richtige Wurst vom Baumarkt, aber die sind komischerweise ja immer irgendwie lecker gewesen. Ja, fair. So, diese Buden waren immer irgendwie geil. Lass da mal einen Edeltalk Außendreh machen. Boah. Bei der Kanalwurst. No joke, da kann man auch, also da kann man ehrlich schön spazieren gehen. Da ist dann so, in Königswesterhausen gibt es auch ein Schloss und so und da kannst du dann so hin und so. Das ist ehrlich süß und da gibt es so einen Park und so. No joke, Königswesterhausen ist ehrlich nicht so scheiße. Bis auf, es gibt hinten so das, was wir das Ghetto genannt haben. Ja. Das sieht no joke aus wie Marzahn einfach. Das ist so eine Mini-Mini-Version von Marzahn. Aber macht ja Sinn, war ja auch früher halt Ost-Area, right? Ja, 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 voll, voll, komplett. Bro, aber dafür, dass das ja Osten war, sieht es eigentlich relativ entspannt aus, oder? Ja, Bro, weil halt dann die ganzen Familien da ihre Häuser hingezimmert haben. Da konnten die dann nicht so ihren Anfang da machen. Also ich glaube, also diese Häuser wurden alle nach der Wende gebaut, würde ich sagen. Ah, meinst du? Würde ich sagen. Was war davor dann so? Bro. Irgendwie so Bauern-Shit eher oder so? Vielleicht einfach gar nichts auch einfach. Ich finde das Thema so Osten so voll spannend, weil so, ich glaube, du weißt darüber jetzt auch nicht Turbophil, aber ich weiß halt noch viel weniger drüber. Am geilsten finde ich immer, wenn mein Opa oder meine Eltern oder so darüber erzählen. Also Leute, die einfach wirklich da das erlebt haben. Weil ich glaube, niemand kann das so gut erzählen wie das. Das fand ich auch immer schade im Geschichtsunterricht, warum man da nicht Leute so mit einbezogen hat, die dann das so ein bisschen so geiler erzählen. So mein Opa kann so geile Storys erzählen, wie das alles da so war und so. Weil der hat ja dann noch, also mein Opa ist, ich habe gesehen, der wird jetzt demnächst, Digga, hoffentlich 98. 98, also bald ist es soweit. Boah, fuck. Bald ist es soweit. Dann schlachten wir ihn. Mann, Digga. So ist es nicht. Bald ist er reich genug, Bro. Chill. So ist es nicht gemeint. Aber so, bald ist es soweit. Heuer Geburtstag, meine ich. Ach so. Alright, alright. Und ähm. Na klar. Und der hat halt auch diese Kriegszeit und so am Ende noch mehr erlebt und so. Bro, da kannst du nochmal so ganz andere Sachen erzählen, weißt du? So, das kann, das kannst du nicht, das kann nicht in so einem Geschichtspunkt stehen. Das kann dir auch nicht so einen Film, äh, also man hat ja so manche Dokumentarfilme geguckt im Geschichtsunterricht. Das kann dir sowas nicht, nicht geben einfach. Wie wenn so eine Person da sitzt und dann, äh, die so wirklich erzählt, wie deren Kindheit war. Das ist krass, ja, ja. Vor allem als Kind, als Kind nimmst du es ja nochmal anders wahr. Und du hörst auch, du hörst auch irgendwie anders zu, finde ich. Also, weil wenn da jetzt einer sitzt und er hat das wirklich selber miterlebt, weißt du? Ja. Da bist du anders mit dabei, als wenn du jetzt eine Doku reinziehst. Obwohl eine Doku zum Beispiel auch sehr, sehr geil ist. Ja, genau. Ich hatte das letztens, ich glaube, weil ich hab mir nochmal diese Joe Rogan-Folge angehört, wo er diese, äh, diese Frau zu Gast hat, die aus Nordkorea geflohen ist. Mhm. Krasse Folge. Ich glaub, die ist von 2021 oder so. Kann ich euch allen nur empfehlen. Ähm, Kim Jong. Nee. Kim Jong heißt die? Nee, ich krieg den Namen leider grad nicht mehr hin. Irgendwas mit Puck oder so. Geh einfach rein, Joe Rogan. Geh doch in Nordkorea, Joe Rogan rein, dann find ich das. Wobei, die Spotify-Versuche ein bisschen goofy ist manchmal. Äh, und dann erzählt die so ein bisschen halt und, und, und erzählt wirklich gestörte Sachen, Bro. Zum Beispiel, an einem Tag, äh, hat einfach die Regierung alle Hunde eingesammelt. In Nordkorea jetzt. Ja, hat so gesagt, ihr dürft jetzt keine Hunde mehr haben. Also, offizielle Begründung mal, weil es zu westlich ist. Also, die ganz normalen privaten Hunde. Ja, so Leute hatten halt Hunde als Art Haustier oder wahrscheinlich also eher so der Hund war halt auf dem Bauernhof unterwegs irgendwie, weißt du so. Ähm, und die haben dann irgendwann alle eingesammelt. Also, offizielle Begründung war, weil es zu westlich ist, ein Haustier zu haben. Das gehört sich nicht so. Das ist, der Westen ist der Feind. Wollen die nicht. Ähm, und dann wurden alle Hunde eingesammelt und die wissen nicht, was damit passiert ist. Wahrscheinlich wurde das halt für Fleisch benutzt. Ne, wahrscheinlich sind die jetzt einfach in so einem Ort, wo sie sich sehr, sehr gut um die gekümmert haben. Ja, ja, stimmt. Die sind jetzt im Hunde Himmel, sag ich dir. Ja, also, richtig gestörte Sachen, Bro, hat die erzählt. Und dann hab ich mir so gedacht, Bro, wie zum Fick kann es eigentlich sein, dass wir noch auf dieser Welt ein Land haben, so wie Nordkorea, wo die Leute einfach straight up verhungern. Also, das, was die erzählt hat, war gestört. Das war richtig gestört. Wieso greift da keiner ein irgendwie, ne? Ja, komplett, Bro. Das ist ja nicht, das ist nicht so ein Land, wo man so, wo es so an der Grenze ist, weißt du, wo man so sagt, ja gut, den Menschen geht es zwar schlecht, aber die haben halt irgendwie ihr eigenes System und bla bla ihre Begründung. Sondern da ist ja straight up ein Diktator und die Leute verhungern am laufenden Band. Die meinte, als Kind, es war für sie nicht ungewöhnlich, halt einfach zum Beispiel am Bahnhof oder am Straßenrand oder so, einfach Berge von toten Menschen, also von Leichen zu sehen. Boah, crazy. Das war was, was in ihr keine Emotion hervorgeführt. Und sie meinte, Kinder rennen um diese Berge drumherum, spielen und lachen und so. Ich glaube, das ist normal für die. Das ist crazy, man. Was manche Leute für, also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass wir in Deutschland aufgewachsen sind. Auch wenn hier natürlich auch nicht alles richtig läuft, aber so, ich sag mal, hier liegen wenigstens nicht Berge von toten Menschen rum. True. Ja. Also wirklich sehr, Gott bless, dass wir in Deutschland da aufgewachsen sind. Oder Leute dann hier im Laufe ihres Lebens hergekommen sind, wie auch immer. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Stichwort ist halt, ich sag mal, mein Wissen besteht aus Videos von MrWissen2go. Aber ich glaube, das Stichwort ist halt so Atomwaffen. Oder? Ich glaube, die haben Angst, wenn die da jetzt angreifen, dass dann halt da mal die Atomwaffe gezündet wird. Wo man ja, glaube ich, auch nicht so, ich bin mir nicht so ein bisschen sicher, aber ich glaube, man weiß auch nicht 100 pro, ob die über welche haben oder ob die das blöffen. Ob die blöffen, also was man halt... Aber echt das Risiko ist so hoch einfach. Also die meinte halt, die stecken halt richtig viel Geld in dieses ganze Waffending. Und wusste ich auch nicht, zum Beispiel Nordkorea exportierte richtig, richtig viele Waffen nach Afrika zum Beispiel. Oh, okay. Und so Stuff. Also ich glaube... Das ist wahrscheinlich auch ein dickes Cash-Business. Ja, aber die müssen irgendwie ja ihr Geld verdienen. Und mit China machen sie viele Geschäfte und so. Also ich glaube vielleicht, sag mal mal, selbst wenn die jetzt keine Atombombe haben, was die auf jeden Fall haben, sind so biologische Bomben und so und Stuff. Aber das willst du auch nicht erleben, wenn du ein Virus dann da losgehst und so. Vor allen Dingen, also ich finde so Kriegsverbrechen beziehungsweise Regeln für Krieg ist irgendwie voll paradox. Aber ich glaube, dass sich das schon so ungefähr daran gehalten wird oder so mehr oder weniger. Plus Minus. Aber so, ich sag mal, im Großen und Ganzen. Aber ich könnte mir vorstellen, Nordkorea schreit nicht einfach komplett drauf. Ja, natürlich. Weißt du? Die sind ja eh schon... Guck mal, diese Regeln machen ja nur Sinn, wenn du als Land sagst, oh fuck, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, dann würde uns das halt auch ficken, so im Sinne von irgendwelchen Handelseinschränkungen, auch vielleicht mit Verbünden noch oder sowas. Weißt du? Ja, genau. Weil du noch irgendeine Art von Beziehung zu anderen Ländern noch hast. Aber Nordkorea ist ein Land, außer, sag mal, China und die Sachen, die die illegal in Afrika machen, da haben die ja nichts. Du kannst diesem Land ja nicht noch mehr schaden, als es jetzt schon ist. Bro, das ist crazy. Das ist crazy. Ich hab auch so ein Video gesehen von Simplicissimus, die wollten so das größte Gebäude der Welt dahin bauen. Ja, das hab ich auch gesehen, ja. Und es sollte so ein Hotel werden und so überkrass... Für die Olympischen Spiele damals. Oh ja, das stimmt, das war für die Olympischen Spiele. Und das war so wie, ja, wie so eine Pyramide fast schon. Ja. Also so ein bisschen spitzer als eine Pyramide, so sag ich mal. Also so die Grundfläche ein bisschen kleiner und dann nach oben ein bisschen spitzer. Also so eine Pyramide. Aber im Grunde wie so eine Pyramide. Und das haben die dann irgendwann, hatten die dann kein Geld mehr dafür oder so. Und dann haben die einfach aufgehört, das weiterzubauen. Aber so die Struktur davon ist halt fertig. Aber das wurde nie fertig gebaut und es sieht jetzt richtig tot aus einfach. Und es wird auf Bildern, Bro, lassen die das wegfotoshoppen, weil es denen so mäßig peinlich ist. Genau, aber die haben das jetzt fertig gemacht. Ja. Also das, was du meinst, war so übel. So 30 Jahre lang stand einfach nur das Betongerüst. Und dann haben die irgendwie eine Firma, ich glaube eine indische Firma oder so, hat die komplette Glasfassade für die gemacht. Wo ich auch so sage, warum machen überhaupt Firmen Geschäfte mit denen? Aber das ist halt dann so. Das ist halt so, ne? Die haben die Glasfassade gemacht. Das sind dann halt indische Firmen, die sagen dann, hier sind halt 50 Millionen und dann machen die das halt. Ja, irgendwie. Mit irgendwelchen Drogen. Auch interessant zu Nordkorea. Ich glaube gar nicht mal mit Drohungen. Ich glaube einfach nur mit Geld. Ich glaube einfach nur, hier sind 50 Millionen und dann boom. Ja, ja. Was habe ich gesagt? Eine Drohung, meintest du? Achso, nee. Ich glaube nicht, dass da irgendwas gedroht wurde. Ich glaube einfach... Nee, 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 nee. Ich glaube einfach, at some point machen Firmen einfach... Ja, ja. Auch steht in Nordkorea. Diese Inder haben wahrscheinlich dann, die bauen wahrscheinlich dann auch für andere Diktatoren halt die Glasfassaden hin. Da können wir auch noch in Nordkorea mal machen. Ich höre auch diesen Hacker-Podcast ab und zu, diesen Dark Web-Podcast. Und da gibt es auch ein paar interessante Folgen von, von, sag ich mal, Bank... Oder wie sagt man? Also ein Bank-Hack quasi, wo Geld entwendet wurde. Wo man relativ genau sagen kann, dass das nordkoreanische Hacker waren. Ja, habe ich auch schon wieder so gesehen. Und ein Part des Geldstroms in Nordkorea ist halt, dass sie halt, dass sie halt über Hack-Shit Banken ein bisschen ausrauben. Ein bisschen den Geld abzapfen. Auch sehr interesting. Und, also ich... Ich kann mir auch vorstellen, also ich kann mir vorstellen, so wenn du so... Guck mal, wenn du jetzt Diktator bist von so einem Land wie Nordkorea, könntest du ja rein theoretisch auch einfach Leute wie so anstellen, die das halt für den Staat machen. Das könntest du jetzt auch, Deutschland könnte das ja nie machen, aber so... Das ist ja so. Aber das könnten die machen, weil die ja eh auf alles scheißen. Das ist ja so, die haben ja diese eine Abteilung. Das krasse in Nordkorea ist ja, du hast ja halt 95 Prozent, die ganze Bevölkerung, die wird komplett dumm gehalten, die wird arm gehalten. Und die wird auch bewusst so ein bisschen hungernd gehalten. Dass die gar nicht auf Ideen kommen, irgendwie andere Probleme zu haben, sondern ihr tägliches Problem ist, Hunger, Essen zu beschaffen irgendwie. Keine Ahnung, diese Frau in dem Podcast bei Joe meinte, ja, wir sind halt in die Wälder gegangen, haben halt Blumen gepflückt zu essen und Grashüpfer. Wenn du Grashüpfer hast, war schon krass. Wenn du mal irgendwie sowas wie eine Ratte gefangen hast, war schon krass. Aber die Ratten darfst du eigentlich nicht essen, weil die fressen halt wiederum an den Leichen rum, da wirst du krank und stirbst auch. Und so, manche Eltern schlachten... Also, schlachten... Manche Eltern töten ihre Kinder und essen die und schlachten... Das ist krank, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da gibt es aber diese 5 Prozent oben, die halt wissen, wie die Welt in echt ist. Denen erzählt man nicht dieses, ja, wir sind voll das fortschrittliche Land und so bla bla, sondern die kriegen ganz normale Bildung, die kriegen ganz normale Schule. Okay, aber da ist die Frage, wie wird es halt ausgesucht? Wie wird gepickt, wer was ist? Das ist schon so mäßig festgelegt. Ist das so Connections-mäßig? Das ist halt von früher, irgendwie hat das halt mal gestartet. Aber diese Frau meinte auch, es ist unmöglich, sich zum Beispiel in die höhere Schicht hochzuarbeiten. Also kannst du maximal runterkommen. Wenn jetzt jemand aus der hohen Schicht, jemand armes heiratet, ist er verstoßen und bleibt immer in der unteren Schicht. Die Leute aus der armen, unteren Schicht können nie nach oben kommen in die Bildungsschicht. Das ist eine Elite, die oben ist. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ursprünglich, ich habe mich halt gefragt, wie kann es passieren, dass es so ein Land gibt und dass die sowas einfach treiben und wie hat das alles eigentlich angefangen? Und das war Zweiter Weltkrieg, war Korea komplett, ein Land noch, war eine Kolonie von Japan. Japan war auf den Seiten von den Nazis, ne? Warum auch immer. Übel random. Andere Ende der Welt, bro, macht doch euer Ding. So, aber keine Ahnung, die dachten, die machen mit. Es gibt ja irgendeine unfassbar gute Begründung dafür, die wir gerade nicht kennen. Ja gut, die Italiener waren ja auch bei den Nazis eine Weile lang. Ich bin wirklich bei dem Thema, bin ich leider so ungebildet, Digga. Das ist, glaube ich, halt einfach so eine ideologische Sache. Die Japaner sind ja auch sehr, sehr streng gewesen, was so Einwanderungen in ihrem Land betrifft, die hatten da keinen Bock drauf. Auf jeden Fall war Korea eine Kolonie von Japan bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, als sie den dann halt auch verloren haben. Und dann wurde halt Korea aufgeteilt an die Amis im Süden, Südkorea, und an die Russen im Norden, Nordkorea. Hm, okay. So, und dann siehst du schon dieses, wo ist Südkorea jetzt, wo ist Nordkorea jetzt? Und dann gab es halt, da gab es zwischenzeitlich halt auch den, so ein Koreakrieg mal, wo die beiden dann untereinander gekämpft haben und so ein Shit. Das muss ich mir auch noch mehr drüber lesen, das klingt auch interessant. Auf jeden Fall ist halt dann irgendwann die Sowjetunion zusammengebrochen, war ja Ende dann. Und somit ist halt dann auch Nordkorea, weil davor haben die richtig viel Cash bekommen. Also Nordkorea am Anfang war das schon ein Land, was viel Cash hat. Den Leuten ging es auch noch gut einigermaßen, war trotzdem Diktatur. Aber die haben richtig halt Geld bekommen, deswegen auch Geld bekommen für diese olympischen Spiele von der Sowjetunion, für dieses Hotel und alles. Die haben ja richtig viel Geld bekommen und irgendwann war das vorbei, kein Geld mehr, von keiner Unterstützung mehr. Und ab diesem Punkt ist das halt gespiralt, downwards, bis wir jetzt hier sind quasi, wo wir sind. Fand ich richtig spannend. Ich glaube, ich kann nicht richtig verstehen wirklich, wie es da ist. Weil es fühlt sich für mich so an, als wäre das nicht echt so fern von unserer Realität. Verstehst du, was ich meine? Es ist nicht so, wenn ich jetzt eine Doktor darüber sehe oder so, das ist nicht so, dass ich sage, ja okay, also natürlich schon. Aber so irgendwie ist es auch nicht, dass ich jetzt da sitze und so denke, oh mein Gott, das ist echt. Es fühlt sich fast an, als wäre es nicht echt. Aber manche Leute, das ist einfach die Realität. Das ist Wahnsinn. Bro, das geht nicht in den Kopf so richtig rein. Es gibt halt manche, die reisen da hin und so, ne? Du kennst zum Beispiel auch diese YouTuber, die dann so in so einem Hotel da... Oh ja, was ich auch gesehen habe, weil du gerade hinreisen sagst, diese Epstein, heißt das so? Epstein-Inseln? Ja. Dieser super reiche Atze, der sich diese Insel gekauft hat und dann, ja, wie umschreibt man das jetzt? Er war halt mutmaßlich, muss man sagen, er war mutmaßlich Teil von einem Kinder-Pornografie-Menschenschmuggel-Ring. Ring, ja. Und auf dieser Insel ging es halt ab. Ja, und dann wurden dann immer so Politiker und reiche Leute irgendwie, die wurden da so hingeholt und so. Boah, wie viele Leute da drin hängen müssen, Bruder. Bro, das ist so... Und ich habe gesehen, ich habe gesehen, ein Milliardär hat es jetzt gekauft für 40 Millionen, glaube ich, oder vielleicht 80 Millionen. So wenig. Und das ist echt nicht so crazy viel. Nee. Und dann auf Twitter haben so ein paar Leute geschrieben, so, dass sie so, so sich so denken, ja, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht haben die noch nicht alles gefunden da und er hat Angst, dass die noch mehr suchen. Und dann hat er das schnell so ausgekauft. Aber es ist natürlich sehr mutmaßlich. Oder steht vor, der Kauft, das geht einfach direkt weiter. Hoffentlich nicht, ne? Aber ich finde es so weird, weil, vor allem auch ein Hotel, Bro. Also, das ist so, als würde man, als hätte man eine Insel, wo, und das ist ja sogar so, wo mega viele Leute gestorben sind, diese Insel ist basically haunted. Ja. Und dann sagt man, man baut ein Hotel da drauf, Bro. Ah, der will ein Hotel bauen, oder was? Ja, also laut, ist das seine Absicht, warum man es gekauft hat? Ja, okay, der will halt, der will halt so diesen Katastrophentourismus, dass Leute halt da hinkommen auf die Epstein-Insel, oder? Was aber unfassbar makaber ist, Bro. Bro, das ist... Also, wenn das alles stimmt, was da passiert ist, dann ist das richtig eklig, wenn du sagst, hey, wir gehen diesen Sommer da hin und gucken uns an. Wo die ganzen Menschen da gefangen gehalten wurden und so. Bro, doch fuck. Das ist ja richtig ekelhaft, ey. Ey, das ist crazy. Ja, abgefuckt, Alter, das ist... Ja. Digger, wir gehen hier mit einem Lachenden und einem Weinen Auge gegen diese Folge raus. Ey, wenn du mal eine lange Fahrt hast, hört ihr mal diese, und hört euch alle mal diese Joe Rogan-Folge mit dieser... Hört euch mal alle Edeltalk-Folgen durch. Das ist meine Empfehlung der Woche. Hört sie einfach nochmal. Alle hören diesen Podcast nochmal. Ne, hört euch diese Folge mal an, die ist echt krass interessant, aber teilweise auch echt ein bisschen... schwer zu verdauen. Ja, normal, normal. Crazy stuff, was jeder sagt, Mann. Normal. Boah, ich müsste mir echt mehr Zeit nehmen für so Shit, für so Bildung. Das ist mein Empfehlung der Woche. Erzieht euch mehr Dokus rein. Junge, jedes Mal, wenn ich das mache, ist es so unfassbar geil. Hast du irgendwie eine gesehen, die du jetzt empfehlen kannst? Wo du sagst, ja, Mann. Boah, ich hab echt schon eine gesehen. Ich muss kurz überlegen. Ich schau immer von... Was ich als Empfehlung raushauen kann, auf jeden Fall, wenn ihr Dokus wollt, geht auf diesen Arte-Channel. Ich weiß, ihr sagt jetzt, Dominik, ich bin noch keine hunderttausend Jahre alt. Wie soll ich Arte anschauen, ohne dabei verrückt zu werden? Aber No Joke, Arte ist krasser geworden, zu dem, was ich früher als Kind kannte. Und scheiß auf diese ganzen anderen komischen Sachen, die die da bei Arte machen. Diese französischen Kulturscheiße. Ich muss bei Arte mal diesen Typen denken, der diese Metallstange an seinem Schwanz hat. Und dann immer so dieses Ding, 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 Ding. Ja, ja, weil Arte hat das auch. Da scheißt du mit drauf. Geht einfach nur auf diesen YouTube-Channel. Da ladet ihr nämlich eigentlich fast nur so diese Doku so. Boah, die sind so gut gemacht, Alter. Ja, okay, geil. Crazy. Und da kriegst du halt von Hitlers Leibärzte. Jetzt wird ausgepackt. So, wo die wirklich, das habe ich auch gesehen, sehr interessant. Vierteilige Doku über den Gesundheitszustand Hitlers. Wo die noch nie zuvor da gar gewesene Informationen zusammengetragen haben. Von wirklich den Leibärzten aus dem Tagebuch. Boah, dem Typ ging es gar nicht gut. Ja, okay. Er hatte vermutlich auch einen angeschossenen Pimmel vom ersten Krieg noch. Das als kleinen Teaser dafür, Leute. So, als wo ich jetzt hast du mich aufgeholt. Und dann so ein Thumbnail daneben ist halt so. Ein Tag Essen mit Familie Leclerc in der, im fucking, weißt du so, an der Côte d'Azur. Und so. Und links ist so ein Thumbnail von Hitlers angeschossenen Pimmel. Ja, Hitlers Pimmel mit so einem Bullet und so. Und er guckt so. Hitler angeschossene Pimmel, Fragezeichen. Hatte Hitler nur ein Ei und nur einen halben Pimmel. Und rechts daneben typisches südfranzösisches Gericht von der Côte d'Azur. Nein, man zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Das ist unsere gemeinsame Empfehlung der Woche heute. Ja, mach das mal. Da scheppert's. Geil. Wir machen zum Abschluss noch ganz schnell hier den guten alten Kalender von meiner Mom. Welchen haben wir heute? Den siebten, glaube ich. Wir nehmen einen Tag vorher auf. Wir sind fast live. Ich glaube, den siebten. Oder den sechsten. In welchem Monat? Ähm. Mai, ne? Mai schon? Ja, Mai. Bro, was zum Fick ist schon. Okay. Hier steht einfach nur, magst du weiße Schokolade? Ja. Ich auch. Gut, in dem Sinne. In dem Sinne, Freunde. Mach's gut, lass ein Like da, lass eine Bewertung auf Spotify auch gerne da und schalt nächste Woche wieder ein, da sind wieder zwei geile Typen da. Und ein Gast. Höchstwahrscheinlich. Ist das so? Ich glaube schon. Außer wir irren uns krank im Kalender. Aber irgendwann wird ein Gast da sein bald. Freu dich da drauf. In dem Sinne, Freunde, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Fünfstelle bei Spotify und iTunes. Richtig. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.